Auf jeden Fall und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3, zur vielleicht finalen Folge. Schau dich nur um. Die ganze Stadt steht auf dieser Höhle. Sieht nicht sicher aus, oder? Das ist untertrieben. Wir müssten nach unten kommen. Na komm. Dann hilfst du mir bitte gerade. Tali, ich bin froh, dass er dabei ist. Ich hoffe, dass er auch dabei bleibt. Dass er uns hilft. Gegen Talbot und Malo. Ja, dann let's go. Ich bin froh, dass wir diese komischen Höllentypen sind. Was? Also es ist aber trotzdem schön. Ich meine, wenn es auch wenn es krass ist, ist es ziemlich beeindruckend. Muss man sagen. Wie gesagt, das hier konnte auch die letzte Folge tatsächlich sein für dieses Let's Play. Aber wer weiß. Na dann. Dann ziehen wir mal. Türchen auf und durch. Und los. Wieso? So, was sind die Vergegner hier? So, du Arschel. So, weiter. Weiter mit dem Text. So, gut, dass der nicht ziehen kann. Mach mal so. Komm doch mal raus, bitte. So. Headshot. So. Okay. Alles sicher. Hier runter. Kann ich die geil mitnehmen? Ja, die hat auch ein paar Schuss mehr. Ich mach das jetzt geil. Warte, ich komm sofort. Ich muss so kurz die neue Waffe holen. Okay. Hat keine. So. Ja. Ja, die am 9. Das ist die mit dem neuen Schuss nur, ne? Ja, 72 hat sie. Die ist besser. Ich finde die besser tatsächlich, als die, äh, Dings. Weil das ist dann, gebe ich mir das vorstelle. Komm mit. Ja. Ja, nett. Gott sei Dank. Der ist ja scheiße. Ja, ja. Ihr habt mich, genau. So, den Heini habe ich mal weg. Das ist das Wichtigste. Das heißt... Oh, da war. Coco. Also, ich bin so weg. Der hat sich selbst getötet gerade. Erster weg. Und zweiter direkt hinterher. Jetzt bleibt aber da irgendwie keiner, ne? Jetzt ist eigentlich keiner mehr da. Das ist jetzt, glaube ich, die zwölfte Folge in Folge, die ich hier von diesem Display aufnehme. Das ist alles eine Aufnahmesession, die letzten Folgen. Seit Kapitel 13, seit dem Kapitelstart von auf eine unruhige See oder vor See oder so hieß das, glaube ich, bin ich in einer Aufnahmesession. Ich war jetzt da hinten gut. Hier, nimm mal den. Hier, Bälchen, hol das Bälchen. Wir haben keine Mühe. Munition? Doch. Ich will Munition haben, Haarschloch. Jetzt. Da oben. Ich habe keine Granaten mehr. Oh, tschüss. Boop. So. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Oh, nein. Lass ich in das Wasser fallen. Das ist blöd. Wie wir ja mittlerweile kennen. Ah, hier geht's weiter. Oh. Entschuldigung. Scheiße. Ich habe überhaupt noch Munition. Ich möchte mal eine Waffe gelassen. Ja, ich arbeite sehr gut und ungern mit der Schrot. Aber gut. Tauchen? Ja. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Sully, hilf mir mal. Wir müssen hier durch. So. Gut. Ich weiß nicht, ob diese Wagen hier tatsächlich nur zur Deko hier stehen. Aber ich habe eine Mutter. Vielleicht kriegen wir hier noch. Feinkontakt. Vorsicht. Sanft hochziehen. Kann man den Herrn schon verpassen? Darf man den Herrn schon verpasst erhalten? Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir, äh, wir trennen uns. Und flankieren sie. Nein, gar keine gute Idee. Das könnte klappen. Verdammt. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Die sind Herr, wo ist hier? Sully. Sully! Keine gute Idee, jetzt gerade irgendwas anzukommen. Bye-bye, Träumchen. Genau deshalb gehen wir immer leer aus. Wir müssen weg. Ein Tabab weg, weglaufen. Hier spürt es gleich alles ein. Was soll das denn? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Lauf weiter. Ja, lauf weiter. Hier spürt es gleich alles ein. Sein Scheiß-Kranaten, Heidi, da. Hier spürt es gleich alles ein. Wir gehen da rein. Die verwenden das Verheißen. Heute ist die Kompador fern. Was soll das denn? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Etwas sagt mir, das kümmern sie nicht. Aber ganz bestimmt. Was soll das denn sein? Wir müssen hier raus. Ah, wenn dieser... Das war es mit ihm. Ach, da oben ist der Granatentyp. Der muss weg. Erster Linie ist der weg. Weg. Oh. So. So, der ist tot. Ich bin kein guter Cypher. Das ist... So. Ich muss sich gerade ein bisschen orientieren. weiter. Ich hab den M9. Immer gut. M9 ist immer gut. Auf die Nuss und weg mit dir, du Penner. Gut, die Waffe habe ich eingesammelt. Kommt weiter. Wir müssen hier raus. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, dann nimm die Waffe weg, komm. Komm, 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 komm. Noch mehr, runter. Schon wieder feine König. Gut, dann nimm die Waffe weg. Der soll die Waffe nehmen. So. Du hast... Gott sei Dank. So, ich will mal den M9 wieder haben. Scheiß auf die Schrollflinten. Ja, das hat Sinn, warum die hier liegt oder ist das nur Deko-Kram? Wir drücken, Sally. Geh hinauf. Komm. Komm. Kommen wir hier raus? Die Zahnräder. Sally, wir müssen damit nach oben, okay? Okay. Oh Gott sei Dank. Komm. Geh mal weg. So. Weiter. Alter, es macht so eine Laune, Laune das Spiel, dass die Zeit einfach vergisst. Oh, oh. Ich will da eigentlich wieder runter. Wo schießt der denn auf mich? Da oben. Ach, da ganz oben. Oh mein Gott. Sag das doch mal. Arschloch. Du weißt, dass ich nochmal. Komm. Gut. Die hat die im Neuen, das ist gut. Die hätte ich auch weitergegangen. Die nutze ich auch gerne. Du brauchst keine Kinderplanung, Kollege. Komm, komm, komm. Ei, 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 ei. Ich, ja, und damit verabschiede ich mich hierzu. Vielleicht zum letzten Mal aus der Welt von Uncharted 4, äh, Uncharted 3 mit Nathan Drake. Und könnte jetzt die finale Folge werden. Naja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.